Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhieß 82 mit einer neuen Ausgabe von Vorhieß vs. Ebbe oder auch Ebbe vs. Vorhieß und diesmal fühlte sich extrem gut an, denn ich durfte diesmal diesen Film wieder aussuchen und ich habe ihn auch in meine Geschenkbox hier auch eingelegt und man muss dazu mal sagen, ich habe lange überlegt, welchen Film ich hier reinpacke und habe mir Hilfe gesucht von meiner lieben Frau. Und sagt man, ach Schatz, nimm doch den mal mit, den kennt ihr bestimmt nicht. Ich war aber skeptisch und mal gucken, ob es auch wirklich so ist, ich weiß es wirklich nicht, aber ihr wolltet ja mal diesmal keinen Science Fiction Film haben und glaubt mir, das ist kein Science Fiction Film. Falls liebe Ebbe jetzt ihn doch nicht oder doch kennen sollte, werden wir einfach nochmal neu losen. Ich habe noch ein paar weitere Filme dabei, aber wisst ihr was, jetzt holen wir uns erstmal den Gastgeber uns hier rein und dann werden wir mal sehen, ob der liebe Ebbe den Film kennt oder auch nicht. Liebe Ebbe, erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Da kommt er schon. Hallihallo. Schön, dass man eine Kugel betrifft. Hallöchen, ja, hat ein bisschen länger gedauert. Wir müssen noch ein bisschen umbauen, aber ich überreiche dir, setz dich mal kurz hier hin. Ja, gerne. Auf deinen Platz und ja, hier in dieser wunderschönen Filmbox. Du weißt, dass sie meistens nichts Gutes verheißt. Ich gebe dir zwei Sachen vorne weg, beim nächsten Mal bin ich wieder dran. Das gebe ich dir nur zu bedenken, wenn ich gleich aufmache. Ja, ich weiß. Meine Rache wird fürchterlich sein, wenn du mich gerade einherrützt. Aber Problem ist ja bloß, die zweite Fassung haben wir ja schon und zwar ist der Toxic Avenger. Ja, das ist nämlich das Vorgängervideo noch dazu, stimmt. Mein gut, also von daher bin ich jetzt nochmal dran. Aber du darfst es mal auspacken. Es ist nichts Schlimmes. Ja, bestimmt nicht. Das wäre alles das erste Mal. Ich habe immer Glück, eigentlich bei unserer Film-Auswahl. Weil ich darf immer Filme gucken, die halt gut gemacht sind und so. Da bist du wirklich die Ärmel-Sau. Also ich bin gespannt, wenn du den kennst. Ich bin gespannt, wenn du den kennen solltest, dann werden wir einfach nochmal neu reinpacken. Muss man nochmal rausgehen. Schönes Pfund. Ich bin gespannt, wenn du den kennst. Ich auch. Ich tatsächlich selbst. Oh, Zeugen der Anklage. Da kriegst du ja weder Buch von. Ja, den kenne ich natürlich. Mit Marlene Dietrich. Ja. Ganz alter Stoff. Der war echt gut. Wollen wir es hier falsch hoch? Ich habe es ja genau. Ah, okay. Also den kennst du. Schade. Der war gut. Schade, ich hätte mir den Film wirklich sehr gerne angeschaut. Ja, den könnte ich auch mal wieder schauen. Der war echt gut, aber den kenne ich. Okay. Habe ich mir schon fast gedacht, dass du den Film kriegst. Ich hätte den hier wirklich sehr gut angeguckt. Und wirklich aber auch ein schönes Metafuck. Von KBP. Gefällt mir gut. Schöne Arbeit. Respekt. Sieht gut aus. Auch die Farben und so, super für den alten Film. Aber leider muss ich dich enttäuschen, den kenne ich. Und den finde ich sogar ziemlich gut. Können die Zwölf Geschworenen? Ja, auch. Schade. Das zockt mir auch aus. Schade, schade. Wirklich schade. Ich habe es versucht. Also ich habe es jetzt wirklich versucht. Dann hast du eigentlich meine Frau zu verdanken, eigentlich diese Film. Guter Geschworenen. Deine Frau. Aber ich finde diese Film auch mega gut. Habe ich auch schon vier, fünfmal gesehen, weil es übereinander, weil es einfach so cool ist. Super. Vor allem der Schluss. Okay, alles klar. Also bei DBL, ich muss der Video mal. Geile Schick. Und in Schwarz-Weiß wäre am Mainz gewesen. Schade, schade, aber den kenne ich schon. Schön mit Ö. Aber ich fürchte, es gibt hier Alternativen. Aber auch da nicht schlimm ist dabei. Ich gehe jetzt super schnell ein schönes Wässerlein zurück. Ja, also wir sehen uns gleich nochmal. Ich tue nochmal kurz um und wechseln und mal gucken, was jetzt drin ist. Mal gucken, ob das Wasser aus Plastikflaschen nicht cool ist, dass sich das nicht wehrlich anfühlt. Also bis dahin. Das nächste Päckchen eingepackt. Dieser Film habe ich ausgesucht. Aber man muss dazu mal sagen, dieser Film ist dann doch eher was, glaube ich, von Lieben Ebbe. Ich weiß auch, wie man diesen Film kennt. Ja, dieses Film ist dann doch ein recht unbekannter Film von einem sehr bekannten Musiker, der auch hier die Hauptrolle hat. Aber auch da gucken wir zum Beispiel, ich muss ein bisschen das Medi-Book fester einwickeln. Und dann ziehen wir mir ein bisschen vorgleich dieses Cover-Motiv. Liebe Ebbe, ein zweiter Versuch bitte. Wir werden wieder die Bücher... Hallihallo-Hallöchen. Da ist er ja schon wieder. Nachdem die Zeug und Anklage nicht geklappt hat, wird es jetzt ein anderer Film werden. So ist es manchmal. Aber ich muss dir diesmal sagen, ich glaube, da brauchst du eigentlich nicht sehr viel Angst haben. Denn ich glaube, dieser Film könnte sogar was für deinen Geschmack sein. Und du meinst, den kenne ich nicht? Ich weiß auch noch nicht. Weiß nicht. Er ist auch sehr unbekannt. Ich versuch's. Okay. Ich glaube, es ist eigentlich auch nur in dieser Veröffentlichung, glaube ich. Ist das so? Ich denke, ja. Dann schau ich mal. Ich muss nur ein Klee fest reinpacken. Jetzt müssen wir aufpassen, dass unser schöner Buchspand nicht auf kaputt geht. Oh ja. Aber ich muss es echt gut verpacken. Jetzt habe ich. Wunderbar. Also wickel mal aus. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Diese Box ist ja irgendwie eine Wertarbeit, was du da gelassen hast. Ich muss mal sagen, wir haben schon viel gewonnen. Ein Hoch auf die Kreativität. Das ist ein bisschen wie Weihnachten. Ich bin gespannt. Monster Dog? Den kenne ich. Ach, der zählt auch. Ja, den kenne ich natürlich. Leck mich nur am Arsch. Sorry, aber den kenne ich wirklich. Den kennst du auch jetzt? Ach, Mann. Aber der geile Teil, aber den kenne ich leider. Ach, Mann. Natürlich kenne ich Monster Dog. Ich bitte dich. Ja, Alice Cooper. Den kenne ich auch. Sorry. Aber den kenne ich wirklich. Zwar nicht auf Blu-ray. Den gab es nur auf VHS fast nur. Genau, richtig. Und ich habe die VHS. Nein! Du hast die VHS, nicht dein Ernst. Zumindest hatte ich die mal. Ja, ja. Aber dann hatte ich auf VHS und den kenne ich auch. Ach, Mann. Und den könnte ich auch noch haben auf VHS. Aber den kenne ich halt wirklich. War ein geiles Motiv. Ja. Schon, ne? Würde auch in einer guten Hartbox sehr gut aussehen, aber Monster Dog kenne ich leider. Das tut mir heute wirklich leid, aber ich kenne den wirklich. Und auch Zeugen der Anklage kenne ich. Okay, dann geht es noch mal raus. Oh, oh, oh. Das kann doch jetzt in Marse. Okay, jetzt muss ich treffen. Jetzt muss ich treffen. Hierzu 70er-Jahre-Trash-Horror-Filme. Und jetzt... Und jetzt gehe ich auf 100% Nummer sicher. Und wenn der jetzt den auch kennt, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann fahre ich jetzt heim und weine. So, dieser Film ist top aktuell. Kam dieses Jahr erst in die Kinos. Oder was? Letztes Jahr? Weiß ja genau, knapp dieses Jahr. Ne, dieser kam erst raus. Und ist ein wunderbarer Film, den ich wirklich extrem gerne angucke. Und liebe Ebbe, so, alle guten Dinge sind drei. Auf ein Neues. Auf ein Neues. Und wenn du diese Film jetzt auch kennst, dann höre ich auf. Dann gehe ich heim. Ich bin gespannt. Ich habe mich gerade noch mit Kaffee eingedeckt. Ja, wunderbar. Ich habe ja heute etwas mehr Zeit. So, nächstes Mal. Nummer drei. Ich hoffe, dass du diese Film jetzt noch nicht kennst. Ja, ich auch. Ehrlich gesagt, bei beide Auswahlen vorher, hätte ich echt Glück gehabt, hätte ich einen davon nicht gekannt. Ich kenne sie ja beide, aber es sind zwei wirklich gute Filme. Also da hättest du mir heute wirklich einen gefallen getan. Ich hoffe, du hast doch nur was für mich ausgegraben. Da hätt ich mich auf beide gefreut. Muss ich ehrlich sagen, wunderbar. Ja, schau mal. Der ist aktuell. Aktuell? Ja. Oh. Ganz aktuell. Ganz aktuell. Kaffee ist ja erst ins Kino. Kaffee. Das ist auch ein Name. Ja. Ach ja, da. The Beekeeper. Ja. Nein, sag es nicht. Du sagst es jetzt nicht. Natürlich kenne ich den Beekeeper. Jetzt hör halt auf. Ja, aber der ist ja ganz neu. Das ist doch logisch, dass ich dann auch... Also, wie fandest du den Film? Ja, ging schon. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Aber ganz okay. Ach, jetzt machen wir den Beekeeper. Okay, gut. Der ist ja wirklich sehr aktuell. Und jetzt? Und jetzt gehst du raus? Und jetzt schick ich das Schlimmste für mich rein? Was ist nur so? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt kennt er auch noch den Beekeeper. Ich dachte jetzt, er kennt diesen Film. Schau mal her, ich sammle zufällig auch Filme. Ich schaue natürlich auch sowas. Das ist ja... Du denkst wirklich, wir schauen gerade auch in einem schlechten Pornoscheiß an. Ja. Nee, den Beekeeper kenne ich natürlich auch. Und der war echt ganz nett. Aber natürlich kenne ich den. Der ist ja gerade an aller Munde. Ist ja fast unmöglich, den nicht zu kennen. Entschuldige bitte. Okay. Ja, jetzt. Fahren wir jetzt durch die harten Geschütze auf. Auflaufen. Jetzt. Okay, wir machen jetzt noch einen einzigen Versuch noch. Ich will ihn wirklich von diesem Film eigentlich schützen. So nett bin ich sogar noch, ne? Und will diesen Film nicht reinpacken. Aber wenn ihr beim nächsten Film den auch nicht, auch wieder kennt, dann hat er leider Pech. Weil da habe ich fünf Filme mitgebracht, die ihr alle kennt. So, aber jetzt nochmal Tschüss und bis gleich. So. Nun die vierte Box gepackt. Also wir haben jetzt der Zeug und Anklage. Monster Dog. Der Beekeeper. Kennt ihr alle. Aus jedem Erzähl war was dabei. Und jetzt habe ich noch einen Film dabei. Ja. Der ist glaube ich aus den 90er Jahren. Und. Ja. Ich will jetzt sagen, nicht auf die Folter spannen. Ebbe. Alle guten Dinge sind vier. Und wenn er den jetzt auch noch kennt, ne? Wenn er diesen Film jetzt auch noch kennt, dann hole ich über die den Film raus, den er unbedingt wahrscheinlich nicht sehen möchte. Aber das ist mir jetzt scheißegal. Ich habe ihn wirklich immer noch. Ey, bestraf mich ihn hier auch noch. Ich habe ihn wirklich. Ich habe ihn jetzt wirklich immer in Schutz genommen. Okay, ich mache jetzt nicht den schlimmsten Film recht zuerst. Ich mache jetzt zuerst so. Jetzt park aus. Nein, dieses Auto geht jetzt nicht so weit. Ich parke aus. Ja. Also es ist. Ja, das ist heute wirklich nicht sehr glücklich gelaufen. Aber was sollen wir machen? Ich bin natürlich schon des Kinos mächtig. Die kenne ich natürlich. Auch wenn ich. Ich muss aber hier wirklich nur mal eine Landseffilm woher hießbrechen. Der hat es echt gut mit mir gemacht. Das waren wirklich drei sehr schöne Filme. Die hätten wir alle drei einmal getrost gucken können. Dann machen wir es trotzdem. Wenn nichts mehr übrig bleibt, machen wir es trotzdem. So manzutag kann man immer wieder mal schauen. Ich meine nicht. Was ist denn das Schlimmste, was du dabei hast? Das sei ja nicht. Ja, Wild Dings mit Kevin Bacon, ja. Du kennst ihn auch. Ja. Du witzig. Ja. Ich muss aber ehrlich gesagt, der fand ich so gut. Den fand ich gut, ja. Nee, der hat mir nie so gefallen. Die Steelbooks sind immer schön. Habe ich aber auch erst vor kurzem angeguckt. Also ich fand ihn wirklich zum Schluss richtig spannend. Ja. Und vor allem die Denny's Richards finde ich einfach noch mega heiße Schlauble. Wirklich. Also die ist absolut Hammer. Ja, Wild Dings ist mir auch schon begriffen. Kenn ich auch. Ich weiß auch nicht, wo ich den... Meine Karotiden brauchen kann ich nicht ganz eich. Wo ich den... Ich weiß ja gar nicht, wo ich den Mock Shotover kenne ich auf jeden Fall. Mit Kevin Bacon, ja. Das ist mir natürlich im Begriff. Ich bin ja Videothekenkind der 90er. Schönes D-Book, aber schade, schade. Wild Dings kenne ich schon. Also, nochmal. Eigentlich hat es er eigentlich extrem leicht mit mir, ne? Stimmt. Er muss einfach irgendein Regal reingehen und schon hat er einen Film für mich, den ich nicht kennen werde. Ich muss mir wirklich den Kopf zerbrechen. Ja, stimmt. Seit zwei, drei Tagen überlege ich, welche Filme nehme ich mit. So, mein Freund, und jetzt? Jetzt werde ich dich wirklich vernichten. Ja, jetzt kriege ich auch Zeit. Hoffentlich kenne ich den Film. Ich hoffe, ich kenne diesen Film. Den wirst du garantiert nicht kennen. So viel, wie du mir vorverraten hast, wirst du ihn nicht kennen. Also, so, da bin ich schon wieder. Alle guten Dinge sind jetzt fünf. Wir haben, was haben wir noch? Wisst ihr es noch? Wir spielen jetzt mal Kofferpack, okay? Zeug und Anklage, Monster Dog, Beekeeper und Wild Dings. So, aus jedem Bereich war es dabei. Jetzt haben wir nochmal einen aktuellen Film. Und dieser Film war auch eine Empfehlung von meiner lieben Frau. Ja, ha, ha, ha. Und das würde ich jetzt mal behaupten, als, ja, wie soll ich, also ich liebe diesen Film auch. Auch eine von meinen Lieblingsschauspielern, wohlgemerkt. Und der hat schon ein bisschen was erraten, aber nein, so eigentlich mache ich es jetzt nicht für ihn. Aber holen wir ihn rein. Und wenn ihr diesen Film auch noch kennt, ne, dann schauen wir mal irgendeinen Film an ohne euch. Aber deswegen kommt trotzdem online. Also, Ebbe, erscheinen Sie, sonst weinen Sie oder ich weine gleich. Ja, ich wollte auch gerade sagen, der Einzige, der hier weint. Ja, das ist mich. Das bist, glaube ich, du. Ja. Also, ich habe jetzt wirklich, ich habe mir da lange Gedanken gemacht. Ja, okay. Wenn man jetzt schon vier Filme ausgepackt hat, die man kannte. Ja. Und du den quasi auf Nummer 5 gesetzt hast, dann habe ich ehrlich gesagt ein bisschen bammelt davor, was mich jetzt hier erwarten wird. Ich hätte einfach lügen sollen. Ja, das ist vielleicht manchmal gar nicht mal so schlecht, ne. Weil Monster Dog hätte ich einfach sonst noch kenne ich nicht. Ja. Und dann hätte ich einen wirklich guten Horrorfilm auf Blu-ray gucken können, den ich nur auf VHS kenne. Ja. Aber da bin ich leider zu ehrlich. Es ist ja schön. Also, muss ich mich jetzt leider mit dem rumschlagen, was da drin ist. Ja. Ich habe echt kagummiges Gefühl, ich sage es dir. Es ist nichts Schlimmes. Es ist kein... Bin ich mir sicher. Es ist natürlich keine... Es ist auf jeden Fall auch eine Komödie mit dabei. Es ist auf jeden Fall... Otto? Otto? Ja. Ein Mann namens Otto. Ja. Warum ist doch der Sänger fast gut da vorne da oben? Schon ehrlich ist es verblüffend. Äh. Ja, also kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, kein Stück. Ein Mann namens Otto. Ich muss ja nicht mehr so existieren. Ja, das ist auch ein Remake eigentlich von irgendeinem anderen Film, glaube ich. Ein Fisch namens Wunder? Ja, so ungefähr. Also, ich fand den Film wirklich sehr geil. Es ist... Boah. Es ist auf jeden Fall jetzt kein... Stefan Tom Hanks, Alter. Es ist auf jeden Fall keine Liebesschnurze. Okay. Es ist eigentlich ein Film eher mit schwarzem Humor. Der aber dann doch etwas freundlicher wird. Sagen wir mal so. Okay. Ich würde es mal fast sagen. Wir legen einfach mal ein. Und der Film geht auch nicht so extrem lange. Oh, okay. Geht auch lange. Wie lange? Ich dachte, der geht bloß ganz kurz. Er geht 126 Minuten. Oh Gott. Okay, ja. Naja, ja. Aber er ist auf jeden Fall unheizend. Also, ich mag den Film wirklich sehr gerne. Man kann ja handwerklich mit Tom Hanks nicht schlecht sein. Nein, ist er nicht. Ja, das kann man ja schon mal ausschließen. Also, ich muss ehrlich sagen, ein Mann namens Otto, das holt mich null ab. Null. Wenn man also einen Film, der heißt, ein Mann namens Otto, der euch schon beim Durchsetten mit dem Fernsehen, wahrscheinlich keinen Bock, das zu schauen. Ja. So ist es. Ich mache es. Die Welt ist kein Wunschkonzept. Wir werden jetzt mal hier alles noch kurz umbauen und dann sehen wir uns dann gleich. Ich hätte jetzt auf Monster Talk schauen sollen. Ich wusste es doch. Ich wusste, dass es zu Ende wird. So, mein Lieber. Erbe, jetzt haben wir uns eigentlich mal eingestellt. Ja. War gerade mal so einfach, hier das hinzubekommen. Nein. So, bist du bereit für einen Mann namens Otto? Guck dir mal diese kleine Katze an da. Ob ich bereit bin? Ja. Nein. Nein, eigentlich nicht. Okay. Ich habe sowas von keinem Bock auf einen Mann namens Otto. Könnt ihr das verstehen? Dass ein Film, der heißt, ein Mann namens Otto, dass er dann bis null abnimmt. Kennt ihr diesen Film vielleicht schon? Ich meine, wenn man sich sonst so mit das Monster aus der schwarzen Lagune herumschlägt oder die Teufel bitten zu tanzen, dann ist ein Mann namens Otto natürlich schon kein Argelkontrast. Ja. Aber genau deswegen bin ich hierher und deswegen hauen wir rein. Also, wir schauen uns der alte Tom Hanks zu Gott. Viel Spaß. Ich mache morgen. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Ja. Genau. Ja. 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 Okay. Bis dahin, Tschümenö und Bum!